Also jetzt brauchen wir dich. Und zwar am 10.12. kannst auch du deine Stimme erheben und aufmerksam machen für Gewalt gegen Meiji. Komm uns unterstützen bei der Menschenkötti in Zürich. Wir zählen auf dich. Also ich engagiere mich sehr gerne, weil ich finde, dass jeder Mensch den gleichen Respekt hat und auch die gleiche Chance auf das Leben verdient. Ob es jetzt ein Meiji oder ein Junge ist, spielt überhaupt keine Rolle. Und wenn die Meiji keine Stimme haben selber, dann gebe ich gerne meine Stimme und stelle sie ihnen zur Verfügung.